Am 11. Juni 2001 trafen Polizisten im Haus von Kenneth und Barbara Actinson in Hutchins, Texas ein. Sie hatten eine Nachricht erhalten, dass Barbaras Kind, die 8-jährige Lauren Kevanoff, angegriffen wurde, aber nichts hätte sie auf das vorbereiten können, was sie sahen, als sie eintraten. Da sie so klein war, nahm der erste Beamte der Eintraf an, dass es sich um ein Baby handelte. Das winzige Mädchen wurde in ein texanisches Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte schockiert feststellten, dass sie die Größe einer typischen Zweijährigen hatte. Die Behörden begannen sofort zu untersuchen, wie es dazu kommen konnte und die Wahrheit war viel schlimmer, als irgendjemand vermutet hatte. Lauren wurde sechs Jahre lang in einem Schrank gehalten und die Familie Atkinson hatte sie nur herausgeholt, um sie zu schänden und Übergriffe auf sie auszuüben. Ihre Organe versuchten, sich vor Hunger abzuschalten und ihr Unterkörper war rot und kaputt, weil sie monatelang in ihrem eigenen Extremitäten hockte. Mehrere Spezialisten sagten, dass sie nie ein normales Leben führen würde, aber als sie 2013 die Schule beendete, überraschte sie alle. Obwohl sie immer noch mit dem Schmerz des schrecklichen Übergriffs durch ihre Mutter zu tun hat und selbst mit rechtlichen Problemen zu kämpfen hatte, versucht sie immer noch, ihre Vergangenheit als das Mädchen aus dem Schrank zu überwinden. Lauren wurde am 12. April 1993 geboren, aber ihre Mutter Barbara hatte bereits geplant, sie zur Adoption freizugeben. Sabrina Kavanaugh, die Frau, die Lauren aufziehen wollte, war im Geburtszimmer anwesend und erzählte später der Zeitung, wie begeistert sie und ihr Ehemann waren, das Baby zu sich zu holen. Sabrina kommentierte, es war der schönste Tag in unserem Leben. Ich denke, man kann sagen, dass wir sie schon von ihrer Geburt anher geliebt haben. Wir hatten ein Zimmer nur für sie und ihre kleinen Kleider. Es war wunderbar. Sabrina hatte die 21-jährige Barbara viele Monate zuvor kennengelernt, kurz nachdem sie erfahren hatte, dass sie schwanger war. Vor Lawrence Geburt trafen sie sich mehrmals, um die Adoptionsmodalitäten zu besprechen. Sabrina erinnerte sich, dass sie fest entschlossen war, das Kind abzugeben. Sie hatte auch keine Ahnung, wer der Vater war. Sabrina und ihr Partner Bill behandelten Lauren in den folgenden acht Monaten, als wäre es ihr eigenes Kind. Dennoch wurden sie eines Tages darüber informiert, dass Barbara einen Antrag auf das Sorgerecht für das Baby gestellt hatte. Der Anwalt der Kavanaughs hatte nie die Unterlagen eingereicht, um Barbaras elterliche Rechte zu widerrufen. Und sie wollten Lauren unbedingt zurückhaben. Barbaras Mutter, Doris, sagte der Zeitung, dass Barbara jedes Recht hatte, ihre Meinung zu ändern. Eine Frau, die beschließt, ihr Kind wegzugeben, gibt das Kind nicht auf. Sie trifft vielmehr eine liebevolle Entscheidung. Das ist eine gute Option, eine schöne Option. Und sie ist ein guter Mensch, der diese Entscheidung getroffen hat. Barbara und ihr jetziger Ehemann, Kenneth Actonson, bekamen vom Gericht schnell mehr und mehr Zeit mit Lauren zugestanden. Im Laufe des folgenden Jahres mussten sich die Kavanaughs nach und nach von dem Mädchen lösen, dass sie wie ihre Tochter aufgezogen hatten, obwohl sie den Verdacht hatten, dass die Atkinson sie traktierten. Sabrina beobachtete, dass der Bereich unter der Windel zu einem bestimmten Zeitpunkt glühend rot war. Lauren wurde von Sabrina ins Krankenhaus gebracht, aber die Ärzte weigerten sich, einen Nachweis für eine Schändung zu erbringen. Die Kavanaugh legten dem Richter daraufhin 45 Bilder als Beweis vor, aber dieser warnte sie. Er sagte folgendes. Mit all diesen Fotos fügen sie diesem Kind nur mehr Schaden zu, als diese Mutter jemals tun würde. Im Jahr 1995 wurde Barbara von Richterin Lynn E. Markham das ständige Sorgerecht zugesprochen. Das kleine Kind sollte in den folgenden sechs Jahren schreckliche Torturen erleiden. Ärzte gaben an, dass Lauren ihre Entwicklung im Alter von zwei Jahren eingestellt hatte, als man sie 2001 aus dem Haushalt rettete. In demselben Alter, als sie wieder zu ihrer leiblichen Mutter gebracht wurde. Es begann damit, dass Barbara Lauren neben sich auf den Boden legte, auf eine Palette, sagte Detective Sergeant David Landers gegenüber der Zeitung. Dann stand Lauren auf und ging in den anderen Raum, wo sie sich an Dingen zu schaffen machte, sodass Barbara begann, sie in einem Schrank zu halten. Als Lauren alt genug war, um das Tor herunterzudrücken, schloss Barbara einfach die Klappe. In den ersten Jahren wurde Lauren noch mit ihren anderen fünf Geschwistern zu Familienfeiern mitgenommen. Doris, Barbaras Mutter, erinnerte sie später daran, dass Lauren ständig versuchte, alles zu essen, was sie finden konnte, während sie bei ihr zu Hause war und Barbara informierte sie, dass Lauren wohl eine Essstörung hätte. Doris sah Lauren nach Thanksgiving 99 nicht mehr, als diese sechs Jahre alt war. Die Behauptungen von Barbara, sie sei bei einer Freundin, hat Doris nie überprüft. In Wahrheit war Lauren im Kleiderschrank ihrer Mutter und lebte von kalter Suppe, Keksen und Butter, die ihre ältere Schwester ihr gelegentlich zusteckte. Als sie den Schrank verlassen durfte, musste sie noch viel mehr leiden, als die Einsamkeit, die sie darin empfand. Kenneth und Barbara Actinson führten Übergriffe aus, seit sie am Baby war. Blake Stroll, Lauren's Schwester, erinnerte sich, dass sie die Schreie aus dem Gästezimmer hörte und annahm, dass ihre Eltern sie übergriffig behandelten. Barbara und Kenneth schändeten Lauren zwar nichts selbst, aber sie gaben sie am Männer ab, die dieses taten. Am ersten Halloween nach ihrer Rettung geriet Lauren in Panik, als sie einen als Clown verkleideten Mann entdeckte und fragte, bringen sie mich zum Haus des Candyman? Einer der Männer, die sie täglich schändete, trug ein Clownskostüm und gab sich den Spitznamen Candyman. Lauren musste sowohl von ihrer Mutter als auch von ihrem Stiefvater schreckliche Übergriffe erdulden. Barbara kicherte die ganze Zeit, wenn sie Lauren wusch und hielt ihren Kopf unter das fließende Wasser, bis sie keine Luft mehr bekam. Sie stellte auch eine Schüssel mit Makaroni und Käse vor die hungernde Lauren und forderte sie auf, das Essen zu kauen, aber nicht runterzuschlucken. Lauren war das einzige Kind, dem immer wieder das Essen verweigert wurde, obwohl Kenneth und Barbara noch fünf andere Kinder hatten, die auch anderen Übergriffen ausgesetzt waren. Ich habe Lauren nie gemocht, sagte Barbara später dem Jugendamt. Ich habe sie nie gewollt. Wenn meine anderen Kinder leiden, leide ich auch. Ich habe nichts gefühlt, als Lauren gelitten hat. Kenneth Acterson traf die Entscheidung, jemanden von Lauren zu erzählen, nachdem er sechs Jahre lang immer wieder übergriffig geworden war. Es ist unklar, ob es sich um einen Sinneswandel oder einem Racheakt handelte, nachdem er herausgefunden hatte, dass Barbara ihn betrug. Aber Rowans einsame Zeit in der Isolation endete im Juni 2001. Kenneth informierte seine Nachbarin, Jeannie Rivers, am 11. Juni 2001, dass er ihr etwas zeigen müsse. Er ging mit ihr zum Kleiderschrank, öffnete die Tür und enthüllte das Geheimnis, das er und Barbara fast ein Jahrzehnt lang für sich behalten hatten. Rivers und ihr Mann riefen die Polizei an, die schnell reagierte. Ich kam herein und suchte nach einer Achtjährigen, aber ich sah etwas, dass wie eine Dreijährige aussah, sagte Gary McLean, der erste Beamte am Tatort. Also fragte er sofort, wo ist Lauren? Die Kleine hatte Wunden durch ausgedrückte Kippen und Wunden am ganzen Körper und beschwerte sich über die Käfer in ihrem Haar. Als die Beamten sie nach ihrem Alter fragten, sagte sie, sie sei zwei Jahre alt, denn so viele Geburtstagspartys hatte sie schon. Als sie im Krankenhaus ankam, stellten die Ärzte fest, dass sie nur 11,5 Kilo wog. Ihr Rachen war mit Plastik, Teppichfasern und Exkrementen blockiert. Das Gehirn war aufgrund der Tatsache, dass sie während ihrer kritischen Jahre in einem Schrank eingesperrt war, verkümmert und die meisten Ärzte glaubten nicht, dass sie jemals ein normales Leben führen würde. Wenn sie mich damals gefragt hätten, hätte ich ihnen gesagt, dass es für dieses Mädchen nur sehr wenig Zukunft und Hoffnung gibt, sagte Dr. Barbara Worila, eine Psychologin aus Dallas, die Lauren kurz nach ihrer Rettung untersuchte. Sie hatte noch nie ein Kind gesehen, das körperlich und seelisch so am Boden zerstört war. Doch dank der Bemühungen von Laurens ursprünglichen Adoptiveltern, Bill und Sabrina Kevanoff, begann Lauren schließlich ein Leben außerhalb des Schrankes. Als die Kevanoffs erfuhren, was passiert war, setzten sie sich sofort mit ihnen in Verbindung, um herauszufinden, ob Lauren wieder adoptiert werden könnte. Ist das meine neue Mama und mein neuer Papa? fragte die Achtjährige, als sie die beiden zum ersten Mal sah. Lauren hatte Schwierigkeiten, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Sie konnte nicht auf die Toilette gehen, wusste nicht, wie man eine Gabel benutzt und sie bewachte ihr Essen mit ihrem Leben, weil sie Angst hatte, jemand würde es ihr wegnehmen. Als sie das erste Mal barfuß ins Freie ging, weinte sie, weil sie noch nie zuvor Gras an den Füßen gespürt hatte. Nachdem sie eng mit Lauren und ihren Therapeuten zusammengearbeitet hatten, adoptierten Bill und Sabrina sie im Juli 2002 rechtsmäßig, 13 Monate nachdem Lauren aus der Familie Atkinson gerettet worden war. Seitdem hat Lauren ein schwieriges Leben hinter sich. Sie ringt mit ihrer psychischen Gesundheit, wurde im Alter von zwölf Jahren vom Ehemann ihrer Cousine geschändet und kam 2018 ins Gefängnis, weil sie selbst ein 14-jähriges Mädchen geschändet hatte. Sie wurde als nicht verhandlungsfähig eingestuft und in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. In der Zwischenzeit verbüßen Kenneth und Barbara Atkinson lebenslange Haftstrafen. Rowan hat versucht, aus ihren schrecklichen Erfahrungen zu lernen. Sie sagte, sie wolle nicht wie ihre Eltern sein. Das ist ihr wichtiges Anliegen. Sie hat Angst, so zu werden wie sie, weil sie es jeden Tag spürt. Sie ist wie ihre Mutter voller Wut. Der einzige Unterschied ist, dass sie versucht, diese zu kontrollieren.